Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CKTV. Ja, wir waren auf der CeBIT 2012. Zwischen Autos und der neuesten Technik von morgen, von übermorgen und von heute. Hier tummeln sich die ganz Interessierten in diesem Bereich, um die neueste Technik zu bestaunen. Manche fanden das zum Kotzen und andere hatten einfach keinen Bock mehr drauf. Wir sind jetzt hier beim chinesischen Apple und haben das iPad 3 gefunden. Vielleicht können wir den Hersteller mal fragen. Hello! Hi! Das ist iPad 3? Something like iPad. Was ist gut und was ist schlecht daran? Sorry, I can't understand. What's better than the iPad? Not a iPad. Ach, no iPad. PC. Tablet. Tablet PC. Ah, ok. Was ist jetzt besser als iPad 2? You cannot say iPad 3 is better. This is using Google Android. Ach, Android. Ja, Android. Ok, also das iPad 3 demnächst zu kaufen. Hier in diesem Stand. Ah, ok. Genau. Also das iPad 3 bald auf dem Markt. Dankeschön. Ja, ja. Und wir haben sie hier gefunden. Hier sitzen sie. Die Erfinder von Mega Upload. Hallo. Messe. Sehen nicht gerade glücklich aus. Ja. Mega Upload. War eine schöne Seite. Wir gucken mal weiter. Hallo. 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 Ach, kann ich nehmen? Was ist das? Das ist die... Keyback. Keyback? Ja. 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 Nutzloses Volk hier auf der CeBIT. Ich nehme es einfach mal mit. Man kann es aber mal haben. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Guten. Es ist schön hier. Äh, mein Englisch ist nicht gut. Ach so. Was stellen Sie vor? Ich kann nicht Deutsch sprechen. Was präsentst du? Was präsentst du in Indien? Sorry, ich weiß nicht. Die BOSCHI-Technologie. Wir machen Infra-Ride-Touchscreen. Und... Wir verkaufen verschiedene Säden. Und für verschiedene Kunden. Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Ist aber schön. Schöne Sache. Thank you, ja? Danke. Wir stehen jetzt vor der Halle der Sucht. Hier sind die ganzen süchtigen Gamer. Ähm... Ja. Na Freunde? Habt ihr schon ein schönes Spiel? Ja. Kommt rein. Wie? Kommt nicht rein. Ich hab 16. Und jetzt zockt aber sonst immer so GTA und ballert euch die Rübel weg. Ne, eigentlich nicht. Doch du schon. Ne, ich bin auch schon 16, nur ich wurde nicht rein gelassen, weil ich Perso nicht dabei habe. Naja. Macht das auch schon scheiße. Ja. Äh... Was spielst du am liebsten? Call of Duty. Ja. Was machst du am liebsten in Call of Duty? Ja, ganz normal zocken einfach, ja. Wie lange zockst du? Keine Ahnung, kommt drauf an. Unterschiedlich jetzt. Ja. Hab keine festen Zeiten. Ja. Man sieht es immer wieder. Deutschland ist im Spiel. Richtig. Weiter geht's. So, wir sind jetzt inmitten des Games-Zentrums. Und hier tummeln dich die ganzen süchtigen Gestalten und wir können auch einfach Beispiele zeigen. Nämlich da vorne. Guckt mal. Schön, oder? Mal hier, wie die alle spielen so schön. Ja. Die hängen total ab. Es ist toll. Und jetzt mal die Fans. Schön. Ah, ist das schön. Ja. Das kann man natürlich sagen. Außer eine Therapie werden wir halt angebracht. Wir sollen noch ein guter René. Ich mache mich mal eine erkrankung. Ich mache euch mal ein. Ich mache euch mal ein. Und damit, wenn ihr euch mal ein bisschen an,